und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa auf geht's würde ich sagen ja dann sammle ich jetzt mal eben noch hier das kleine motionen dinge ein ich muss erstmal überlegen wo ich auch hin muss ach wie wärs denn hier mit der tür wohl schuss ist ein bisschen wenig das werde ich mal eben korrigieren ich hab so das gefühl dass mich gleich jetzt hier irgendetwas erwartet so guck on the hill ok na gut schauen wir uns erstmal hier um was wir so schönes finden ok aha ok meins so was haben wir hier kann man riskieren ja geht doch na dann gehen wir mal wieder hier geht das ja so wo muss ich jetzt hin bestimmt dahin wo das feuer ist bisschen hoch und wie komme ich da hin hier ist eine leiter und nehmen wir einfach mal die 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 Keine Ahnung, ich spring einfach mal dahinten, äh, oh, ja, ja, passt doch, ah, da muss ich bestimmt hin, ne, oder da hin, hm, da ist einer, wo kommt der denn her? Wo kommst du denn her? Okay, oh, gib mir nochmal, oh, vielleicht kommt da noch einer, hm, 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 da ist noch einer, oh, oh, okay, weißt du was, ich spring einfach rüber, ha, geht doch, ja, her mit dem Midi-Pack, so was brauch ich, oh, dann springen wir wieder zurück, würd ich sagen, ne, ups, nein, bleib stehen, oh, der war nie gut, oh, ich muss nicht verbrennen, lange, so, würd ich sagen, ey, mal rüber, na, Energie ist ein bisschen knapp, na, ja, springen wir mal da rüber, wenn das geht, aha, mit Hände, okay, machen wir es mit Hände, oh, da vorne, ist da schon wieder einer? äh, radikal, komm, okay, ha, oh, schießt da jemand? hui so aaaaaaah, jetzt hab ich ihn, hoffentlich, oder ist da noch einer? ah, was haben wir denn da? eine Tür, die zu bleibt okay, hm, komisch ah, oh, jetzt sei ich überschrocken okay komm, geht er hoch, Lara oh, ich weiß, stimmt äh, nur wo, wo seid ihr? äh, hallo, Lara hm, komisch komisch, komisch, komisch oh, die springen einfach mal hier, hier hinein und mal gucken, was passiert so, wundern die Kollegen oh, was haben wir denn da? oh, was haben wir denn da? weg komisch, komisch, ne? ah, in so Ecken kann man ruhig mal reingucken, da liegt öfters mal was der Ecke auch nö wo seid ihr denn? hab ich so noch vorhin noch nicht geschossen komisch oh, kann man da hoch? ah, sieht so aus aber erstmal will ich wissen, wo die Kollegen sind wo sind meine Kollegen? das ist jetzt hier die große Frage ja, schau mal, sind die weg na gut, dann gehen wir mal hier hoch vielleicht sehe ich da hier noch was oh ja fast da vorbeigelaufen ah, noch was prima nimm mal her damit, ne? wo konnte man noch hoch ah da ist doch noch was da ist doch noch was für mich mal ein bisschen übertrieben oh ja, das sieht gut aus mini pack so, na, gehen wir mal hoch ab we go so zu sagen ja, ich hab irgendwie ein komisches Gefühl ja, ich hab irgendwie ein komisches Gefühl so aber das waren noch eigentlich drei Kollegen meine ich, ne? wo ist da dritte? da hatte ich mich da gerade verguckt na gut, da waren aber nur zwei da rüberspringen oh ja obwohl das ne Leiter, ne? uh sieht aber weit weg aus ach komm, ich versuch mal diesen rennjump ah, ich sollte auch so so so, ich versuch nochmal diesen jump hier ah hab jetzt ein paar Anläufe gebraucht ich bin eierlich aber jetzt hat's funktioniert äh, ob das mal passt nicht, dass du dir jetzt den Kopf stößt ah hohohoho gut, dass ich noch irgendwie x gedrückt hab aber das sah schon verdammt äh, eng aus ja, und nu? da drauf vielleicht ja, okay äh ja, okay jetzt bin ich hier drauf ja, auch gut ja, bleiben wir mal auf den Container hier ja, das Sammelwein ja, das Sammelwein oh, da liegt noch was mal her damit okay und, zur Kasse ja, okay, ne Giste perfekt ein secret ja okay das hat sich natürlich schon gelohnt und jetzt hier runter da war ich doch schon da komme ich doch her da geht es doch meine ich gar nicht weiter nach gewaltiger unter okay ich habe schon gedacht du wirst alle zeiten dort festgezurrt ja ich weiß nicht ist hier noch irgendwie etwas offen viel mehr kann ich gar nicht machen da ist die leiter da oben war ich jetzt kommen wir gar nicht mehr zurück oder doch wer da was schießt er auf mich wo ist doch einer hinter mir hat da jetzt kommt die drei ich hätte ja vorhin mal irgendwann drei stück gesehen okay so jetzt aufgeben ob neuner schießt ich traue dem raten hier nichts was was hast du denn hier für eine plattform okay gehen wir mal hinunter genau dann konnte ich ja hier noch ein bisschen weiter gehen einfach mal gucken was hier so ups ach hier ist die tür die irgendwie auf ging irgendwie war auch nicht ne das war doch hier meine ich der schalter betätigen wir einfach nochmal nee oder gibt es hier noch einen zweiten schalter aber hier komme ich nicht mehr hoch ne hm so wo ist der zweite schalter oder kann man hier noch weiter nach hinten gehen der Climate ne hacka tja 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 wo ist der zweite schalter okay hab ich noch was hier übersehen hab Irgendwie noch einen Schalter oder so. Ja, ich würde sagen, ich scanne nochmal alles ab und melde mich dann wieder, sobald ich ihn gefunden habe. So, ich habe einen Weg gefunden. Und zwar musste man jetzt hier nochmal drüber springen. Und ist die Leiter. Na, sieht man so. Kann ich ja nochmal eben nochmal zeigen. Hier ist die Leiter, ne? Okay, musste man ja mit diesem Riesensprung rüberjumpen. Dann kann man hier noch hoch. Okay. Oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist eine gute Frage. Schießt du jetzt auf mich? Der X-Shoot. Okay. Ja, ich würde einfach mal... Mal gucken, was hier so los ist, ne? Aber wofür ist die Tür? Wollt die Tür nicht öffnen. Kann man da auch drauf schwingen? Verlockend, ne? Ich könnte mal sie bestimmt abseilen. Also will ich nicht. Ich wollte ja eigentlich ja noch... ...in die Tür hinein. Ja, okay. Ich kann auch noch, wie man in die Tür hineinkommt. Oh. Lange eigentlich fest. Ich würde sagen... ...hinein ins Vergnügen. Ich könnte mal noch eigentlich mehr zurück, ne? Hey. Gut. Okay. Außer, dass ich nichts sehe. Ist alles gut. Hallo Lara. Where are you? Das wird's hier runterfällt. Das wäre irgendwie auch doof, ne? Ja, ist ganz gut und schön hier. Keine Frage. Nur was soll ich hier? Oder es gibt hier nur einen Weg, der nach oben führt. Zum Beispiel dieser Weg. Und dieser Weg. Ja. Das war der Weg.